hallo meine lieben hier kommt eine ganz einfache bord spitze für unten am rand passend zu mein oberteil tagefoto kommt später oder kommt nachher dazu und zwar habe ich teilweise durch drei 156 maschen angeschlagen mit nadelstärke dreieinhalb die gala drei links drei rechts drei links drei rechts drei links drei rechts und so weiter in der zweiten runde ein umschlag zwei maschen abheben die dann eine stricken und die beiden abgehobenen darüber ziehen ein umschlag dass die ganze runde wiederholen zweimal drüber her die umschläge einfach rechts stricken und dann so lange wie ihr möchtet ich habe das ganze einmal zweimal dreimal viermal fünfmal sechsmal sieben mal gemacht dann den rock in meiner gewünschten länge weiter gestrickt habe verbraucht bis hierhin dreimal lila dann war mein garn von der farbe leer aber passend zu meinem oberteil was ich vor kurzem gemacht habe das noch mit mit eingesetzt und somit habe ich 230 gramm wolle für den rock gebraucht in meiner größe wie so oft meine eigene anleitung das war's jetzt mache ich gleich an der leichtigkeit weiter ich wünsche euch schöne pfingsten muss zum knopf ich sage tschüss eure bärbel macht gut